Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr ein Giveaway erstellt. Und zwar machen wir das Ganze über die Plattform Nightbot. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, ich kann euch damit weiterhelfen. Falls euch das Video gefällt, lasst gerne ein kostenloses Abo hier auf dem Kanal da, einen Daumen nach oben und schreibt mir in die Kommentare, was für Tutorials ihr noch so haben wollt. Wie gerade eben schon angesprochen, machen wir das Ganze über die Seite nightbot.tv. Ich habe euch den Link unten in die Videoschreibung gepackt. Ich habe bereits auch ein Tutorial erstellt, wie ihr über die Plattform Nightbot Commands erstellen könnt und bestimmte Spamfilter und so weiter einstellen könnt. Das Video verlinke ich euch auch nochmal. Also, ihr geht auf die Seite und loggt euch dann hier als allererstes mal mit eurem Twitch-Account ein. Wenn ihr das gemacht habt, wichtig hier einmal oben auf Join Channel klicken. Dann sagt der hier auch extra direkt nochmal, dass ihr Nightbot logischerweise auch einmal Moderatorenrechte im Chat geben müsst. Ihr geht also einfach auf euren Twitch-Chat und gebt, wie das hier beschrieben ist, slash mod, Leerzeichen, Nightbot ein. Und dann müsste da auch stehen, Nightbot hat jetzt Moderatorenrechte oder so ähnlich. Wenn ihr das schon gemacht habt, könnt ihr das hier einfach schließen. Und dann gehen wir hier direkt links auf der Seite auf den Reiter Giveaway. Hier gibt es jetzt verschiedene Einstellungen. Und zwar könnt ihr jetzt hier einmal sagen, wer überhaupt an diesem Giveaway teilnehmen darf. Also, solange hier alles blau umrandet ist, dürfen hier alle mitmachen. Wenn ihr sagt, okay, eure Mods dürfen da nicht mitmachen und keine Ahnung, die normalen Chatter auch, nicht nur die Subscriber, klickt ihr hier drauf, habt ihr halt nur die Subscriber, die hier mitmachen dürfen. Wir sagen jetzt einfach mal, alle dürfen mitmachen. Und dann gibt es drei verschiedene Giveaway-Typen. Einmal ein Giveaway, wo random einer ausgelost wird, einfach unter den aktiven Usern, also die aktiv im Chat waren, die eine Menge Nachrichten da reingeschrieben haben. Dann kann man hier drunter immer noch einstellen, Subscriber-Lack, also die Leute, die euren Kanal kostenpflichtig oder mit Twitch Prime abonniert haben, haben jetzt hier kein extra Glück. Man kann auch sagen, die haben doppelt so viel Glück oder dreifach oder vierfach, maximal, ich glaube, zehnmal, genau. Man kann natürlich aber auch sagen, dass die ganz normalen Chatter, also die ganz normalen Zuschauer, ohne dass sie abonniert haben, mehr Glück haben, dann könnt ihr das hier einfach einstellen. Und hier unten könnt ihr dann einmal einstellen, wie lange die Zuschauer, die mitmachen, aktiv gewesen sein müssen, um hier mitzumachen. Also man sagt hier, okay, also die letzten fünf Minuten müssen die schon aktiv im Chat mitgewirkt haben, ansonsten können die hier nicht gewinnen. Dann werden hier alle User aufgeführt auf der linken Seite, die dabei sind. Und wenn ihr hier auf Roll it klickt, dann wird euch hier links der Gewinner angezeigt. Der zweite Giveaway-Type, der wahrscheinlich auch am bekanntesten ist, ist der Typ über das Keyword. Also auch hier wieder das gleiche, Subscriber-Lack und Regular-Lack könnt ihr wieder einstellen. Und dann könnt ihr jetzt hier sagen, okay, wir nehmen das Keyword Giveaway und alle Leute können dieses Wort einmal in den Chat schreiben. Und am Ende, wenn ihr hier wieder roll it, also das Giveaway startet, klickt, wird halt irgendein Gewinner ausgelost, der dieses Keyword hier reingeschrieben hat. Ihr könnt hier außerdem noch ein Anti-Spam einschalten. Wenn ihr jetzt hier drauf klickt, sagt ihr, okay, da werden direkt alle User gemarkt, also angezeigt, die dieses Keyword öfter reinschreiben. Weil ihr kennt das sicherlich, dass andere dann das Wort 10, 20 Mal rein spammen, weil sie denken, sie haben bessere Chancen dadurch. Dem ist hier nicht so. Das könnt ihr damit verhindern und die dann vielleicht vom Giveaway ausschließen. Die dritte Möglichkeit, ein Giveaway hier rüber zu gestalten, ist die Random Number, also eine beliebige Zahl. Und dann könnt ihr sagen, okay, wie jetzt hier voreingestellt, wir nehmen die Zahlen 0 bis 100. Und man sagt dann einfach, okay, zum Chat, ihr müsst jetzt Zahlen angeben von 0 bis 100. Der Erste, der diese Zahl random trifft, gewinnt das Ganze. Finde ich jetzt irgendwie nicht so spannend, habe ich auch selten gesehen. Also ich denke, die Keyword-Variante ist hier das gängigste. Und wenn ihr halt, da ich jetzt nicht live bin, hier User angezeigt habt, könnt ihr das Ganze, keine Ahnung, 5 Minuten laufen lassen. Klickt dann hier auf Roll it, der Gewinner wird angezeigt. Und das war es dann auch schon. Ja, das war es auch schon mit dem Video. Eigentlich wahnsinnig einfach, so ein Giveaway zu erstellen. Man kann so ein Giveaway natürlich auch über Stream Elements oder sämtliche andere Programme machen. Ich finde aber über Nightbot ist das ganz einfach. Und da ich die Commands bei mir auch über den Nightbot nutze, habe ich das Ganze jetzt hier anhand des Nightbots einmal erklärt. Schaut auch gerne mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Da streamen wir ungefähr dreimal die Woche. Auch da könnt ihr gerne Fragen stellen rund ums Thema Streaming. Und bis dahin sage ich dir erstmal Tschüss und auf Wiedersehen.